Hey Leute, in diesem Video für erstmal wie man eigentlich die Gardena Schlauchbox reparieren kann, wenn die Roll-Up-Wand-Schlauchdrommel irgendwo undicht ist. Wenn du Bock da fährst, dann bleib auf jeden Fall dran. Bei mir tropft seit neuestem aus der Schlauchbox direkt das Wasser aus diesem Zulaufschlauch hier heraus, weswegen ich mal nicht vermute, dass irgendwie mein langer Gartenschlauch hier gerissen ist. Und bevor wir das Ganze aber reparieren können, müssen wir natürlich auch erstmal unseren Wasserhahn absperren. Danach können wir auch schon mal auf die Seite gehen, wo sich unser Zulaufschlauch befindet und bei neueren Modellen befindet sich noch so eine Verblendung hier vorne drauf. Weswegen ich mal einen flachen kleinen Schraubendreher zur Hand nehme und dann muss ich das Ganze einfach mal vorsichtig probieren, hier vorne runter zu hebeln. Und darunter befinden sich jetzt auch schon drei solche Schrauben, die ich mal mit dem passenden Torx-Einsatz entfernen werde. Nun gehen wir auf die andere Seite und können auch hier mal unsere Verblendung vorsichtig herunternehmen. Und da befinden sich wieder drei solche Torx-Schrauben, die wir jetzt aber bitte auf gar keinen Fall öffnen sollten, da sich darunter einfach der Federmechanismus befindet. Und das Ganze natürlich auch dementsprechend gefährlich werden kann, weswegen wir einfach mal diese Schraube hier in der Mitte, die etwas tiefer liegt, noch einmal komplett gegen den Uhrzeiger sind lösen. Sobald ich auf dieser Seite den Schraubendreher etwas stärker Richtung meiner Schlauchbox reindrücke, können wir auch sehen, dass auf der anderen Seite dieses weiße Teil hier auch schon rausspringt. Als nächstes geht es dann darum, dass wir dieses weiße Bauteil mal noch etwas weiter herausdrücken können, so dass am Ende wirklich diese beiden Ohrringe einmal zu erkennen sind. Und wenn wie bei meinem Modell der Schlauch hier unten etwas stört, dann können wir natürlich auch mit der einen Hand das Ganze immer etwas weiter nach oben noch drücken und dann sollte dieses Bauteil nämlich hier auch schon super herausgehen. Diese beiden Ohrringe sind einfach in den meisten Fällen dafür verantwortlich, dass unsere Schlauchbox undicht wird, da diese doch mal über die Zeit auch spröde bzw. relativ dreckig werden könnten. Und jetzt haben wir entweder die Möglichkeit, dass wir mal schauen, dass wir diese wirklich ordentlich sauber machen und danach erneut richtig gut einfetten oder du möchtest die nächsten Jahre wirklich einfach Ruhe haben, dann solltest du wie ich dir zwei solche neuen passenden Ohrringe bestellen. Wir können das Ganze auch schon austauschen. Hierfür entferne ich die zwei alten mal, das geht wieder am leichtesten mit so einem Schlitzschraubendreher und danach das Ganze einfach raushebeln. Danach unser ganzes Bauteil und vor allem auch diese Einkerbungen hier ordentlich säubern, nicht dass da wieder Dreck drinnen bleibt, der danach für eine Undichtigkeit sorgt. Silikonfett, was am besten lebensmittelecht ist, mal auf dieses Bauteil und vor allem auch auf unsere Ohrringe ordentlich drauf schmieren und verteilen. Und dann können wir die Ringe auch schon mal wieder vorsichtig auf unser entsprechendes Bauteil und vor allem in die Einkerbungen hineingeben. Abschließend lieber noch einmal etwas Silikonfett über die Ohrringe drüber geben, dass wir da die nächsten Jahre auf keinen Fall irgendwelche Schwierigkeiten haben. Und bevor wir alles wieder zusammenbauen, am besten auch hier innen drin mal noch den ganzen Dreck herausnehmen. Alles ist vorbereitet, weswegen ich auch mal das Bauteil in der Mitte wieder hineingeben kann. Da muss man einfach etwas mit dem Zulaufschlauch hier unten auch noch spielen und danach das Ganze natürlich wieder auch mit unseren Dichtungen hier hineindrücken. Von der anderen Seite unsere Schraube mal wieder ordentlich im Uhrzeigersinn festdrehen. Die Verblendung von vorne richtig herum aufsetzen, dass die Nasen natürlich auch passen. Als nächstes unsere drei Schrauben einmal mit Gefühl festschrauben. Hier bitte nicht überdrehen, dass sich hier hinten nämlich nur Kunststoff befindet. Und auch hier unsere Verblendung einmal wieder drauf geben. Und wir können schon überprüfen, ob das Ganze jetzt wirklich auch dicht ist. Hier für den Zulaufschlauch am besten mit einem einfachen Tuch hier oben noch etwas trocken machen. Dann können wir auch sehen, ob hier nämlich Wasser runterlaufen würde. Unseren Wasserhahn einmal wieder öffnen. Und mein Zulaufschlauch fühlt sich auf jeden Fall trocken an. Es tropft nichts mehr, weswegen wir unsere Gardena Schlauchbox auch schon richtig repariert haben. Wenn du dir für zu Hause eine neue Schlauchbox in den verschiedensten Varianten Silikonfett oder natürlich auch solche O-Ring-Dichtungen hier zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.